Howdy ihr verrückten Cowboys da draußen. Heute gibt es mal wieder eine runde Hand von uns und in dem Gameplay werdet ihr sehen, dass wir das Bounty stürmen. Das wird ein ziemlich verzwickter Kampf, aber wir werden unser Bestes geben und hoffentlich kommen wir da auch wieder lebend raus. Zudem kommt natürlich das zweite Bounty auch noch und wird direkt zu uns vor die Tür geliefert. Wie das Ganze ausgeht, das seht ihr jetzt im Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Damit unterstützt ihr uns und wir freuen uns. Das war's von mir, ich bin Jack und das hier ist das Bounty wird geliefert. Hören, sehen, schießen. Für absolut nichts. Auch nicht. Also ich kann den Boss hören. Dieses Geräusch. Aber ich sehe keine Gegner, auch nicht oben auf der Veranda. Wir könnten unten durch den Zaun, Praxel. Ne, ich schwöre. Ich auch. Die sind unten drin. Ja, die werden uns jetzt gleich sehen. Ja, dann lass uns da in das Gebäude hoch. Dann können wir von oben ran pushen. Langsam hier, durch den Zaun. Ja, ich höre sie moving. Ich höre auf einen. Da oben ist einer. Ping. White Shot. Direkt auf Ping. Ich gehe unten durch. Same. Hast du einen Hit? Ich bin tot. Der hat eine Armbrust. Direkt am Ping. Der hat eine Armbrust. Mit einem Explosivpfeil. Hat aber einen Hit. Ah, der wird das jetzt heilen. Scheiße. Armbrust, Achtung. Nicht zu nah. Ja, scheiße. Such dir lieber eine andere Position. Du kannst mit der Springfield, solange du zwei Double Tabs gibst, Ja, ne, die werden dich jetzt pushen. Ja, wenn einer push, dann schießt du. Du darfst nur nicht zu nah an dem mit der Armbrust ran. Das war eklig, Alter. Fucking Armbrust, man. Oh mein Gott. Ja, von hier aus kannst du spielen. Weil dann hast du Sicht auf freies Feld sozusagen. Und auf meine Leiche auch. Ich würde fast für den Anfang noch ein bisschen näher ran, falls einer von denen ein Throwable wirft auf mich, dass du den erschießen kannst. Rechts wurde ein Zombie von dir getrillt. Da kommt ein Team. Glaube ich zumindest. Da bin ich sicher. Ne, unten rechts, rechts, rechts. Schau nach rechts. Rechts von meiner Leiche. Da. Ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Zehn Meter. Da ist einer. Vorsichtig, Bruder, der links ist auch noch da. Ne, die laufen. Ich glaub's ja nicht. Das ist fucking risky. Oben. Hat'n Hit. Nice. Pass auf. Ist der noch oben? Ja. Der hat gerade eine Tür geöffnet. Oben, oben. Sehst, sehst, sehst. Du kannst uns singen, ja? Ja, ja, ja. Bist du noch außen am Zaun? Ja. Komm mal rein hier. Bringen drin. Einer wieder oben mit seiner Armboss. Hast du ihn? Ne. Wer war das? Ein anderes Team? Das war ein anderes Team, ja. Da ist ein anderes Team. Das sind die, die geschossen haben. Die zünden sich gegenseitig an. Ich geh hoch in die Hütte und geh von oben rüber. Ja. Noch einer. Einer wurde gemessert. Ja, gehört. Die sind unten. Wir müssen jetzt rüber. Ja, die sind beide unten. Komm, 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 komm. Komm mal. Ich mach oben auf. Unter mir. Einer wurde geheilt. Also einer ist wieder aufgestanden, glaub ich. Hast du Dynamit oder so? Ne. Nur Brand. Warte, wo sind die? Die sind rausgelaufen, oder? Die sind da drinne. In der Ecke? Ja. Der hat gescannt. Du musst es fast. Du musst pinken. Da ist ein Loch. Hier, da kannst du durchziehen. Was war das? Oh mein Gott. Armbrust mit Explosivbolzen. Oh. Okay. Das ist nicht so cool. Einer kommt unten raus. Hier. These steps sind incredible. Oh, ich weiß. sinks. Ah, das ist nicht so cool. Dann geht's mit dem perhaps. Dieников'nья pomp. Und dann geht's mir. ja ich kann hier durch gucken ja jetzt sehe ich ihn nicht mehr er war genau da unten unten dieser stacheldraht sinkt mein schuss ab kann das sein kann sein ja das ist gefährlich zu spielen der stacheldraht hält die schüsse ab links außen oder wo ja ich habe den shot abgekriegt kann ich nicht sehen ok neben mir ja der ist rechts außen oder ja jetzt schon ja einer ist unter uns hier der step direkt unten an der treppe glaube ich einer draußen sehr gut einer da und hier da kannst du ihn anzünden da kann ich doch nichts reinwerfen wegen dem brand auf mich wird geschossen ich versuche ihn anzuzünden auf mich wurde schall gedämpft geschossen jetzt wäre schlange gut ja kann aber die leiche ab seht ihr den anderen sitzt da unten drin schall gedämpft hinter dem gutter da kann ich nicht rein schießen irgendwie ich auch nicht ja dann lasst uns da auch nicht rein schießen wenn er sein mate rest ist er am arsch ja warte dann lasst mich doch eine lampe dahin werfen wo der typ ist wer kommt unten raus hier ja hab's gehört oder er hat nur die tür aufgemacht hier ist noch ein deal falls sie ihn noch nicht benutzt hat ich fackel jetzt hier die tür ab links sein leiche ist aus ja dann aim die ab vielleicht ausgebrannt kann sein ich habe sicht auf die leiche von hier wenn du links von dem balken hier stehst hast du sicht auf die leiche vorsicht lass einfach lauschen wenn ihr ihn rest das andere baut ist da fuck wo direkt bei uns na ja direkt bei uns oh mein gott nein bist du sicher ja vollkommen recht vor uns das ist nicht der kommt da jetzt gleich rein ja der kommt da gleich rein ja der kommt da gleich rein geht von der tür weg hat ein hit auch ein von mir der eine ist abgehauen dann kann ich für das bounty holen oder ja mach safe aber die schießen weiter auf uns der hat glaube ich eine sparks ich hole das bounty kann sein dass einer unsinn ist von denen beides sind oben die kommen mich posten du kannst runterkommen komm runter komm runter komm runter ich kann mir dann sind wir in der gleichen lage ja aber ich komme nicht mehr hoch das ist nicht gut was wir gerade gemacht haben jetzt können die hier runter kommen ja wenn du sagst dass sie dich beide pushen kommen ja kannst du entweder sterben oder runter wir können nach links außen abhauen und uns positionen da beziehen also im gebäude oder wir haben hier noch eine falle ich check mal die tür ob da einer reinkommt achso oben ist ja offen shit wir müssen extrem aufpassen wir können nicht da kriegen das ist nicht gut direkt über uns da ist das machen da ist das machen fast hätten sie mich gericht alles gut ja wenn du willst schleiche ich mich raus und versuche sie von links außen abzuäumen das funktioniert nicht weil du die tür öffnen musst da müssen die genau was von unten vorhauen sehen also das loch ist hier beide sind da oben wir können höchstens rüber zum gebäude rennen und uns hinterm zaun verschanzen die haben sich selbst getroffen direkt über uns der steppt hier außen direkt und der andere ist noch oben jetzt sind sie an der tür ich bin wieder zurück der hat eine shot gun der versucht zu rollbangen ja den mit der shotgun müssen wir direkt ausschalten kann sein dass der links reinkommt ja er versucht am fenster vielleicht kennt ihr den trick ne er ist vorne auffassen auf das loch in der mitte der kommt rein der kommt der kommt der ist tot hinter dir ist einer hinter der ist einer ich bin tot ich bin in die scheiß falle reingelaufen heil dich heil dich heil dich der hat ne shot gun ja ich bin tot nein nein dann bist du nicht lass ihn noch einmal picken gib ihm headshot aber heil dich lass deine springfield nach lass die springfield vielleicht bin ich geliefert bro heil dich heil dich heil dich heil dich du schaffst das heil dich du weißt wo er piekt bleib in deckung halt dich an genau schön schön und jetzt gib ihm headdy mit der spring wenn er piekt wenn er piekt bleib auf der sun nice good job that's what you get boys nice dicker ich call's noch ich call's noch heil dich gib ihm headdy er macht genau das aus der hüfte man krankes stück wow good game good fucking game clear holy shit das ist aber abgeliefert man ich habe auch einen kill gemacht aber ich bin zweimal gestorben der headshot war aber also das war ja unnormal lucky aus der hüfte ich bin als die gepusht haben bin ich in den stacheldraht reingelaufen das war richtig dumm ja schön absolut da wurde das bounty doch tatsächlich zu uns gewinnt hat ja mann und wir gehen mit drei von vier bounties raus und dein gameplay war so gut gerade wow der eine ist abgelaufen ja ja der von dem ersten bounty ja ja als das andere bounty kam hat er die chance ich glaube sein mate ist ausgebrannt ja gut gespielt der und ja